Rentenanspruch auf Erwerbsminderungsrente trotz Abschaffung eigenen Pkws führt der Verkauf des Pkws zur absichtlichen Herbeiführung eines EM-Rentenfalls. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Ich habe hier eine ganz interessante Entscheidung des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen und zwar hat das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen am 18.10.2021 über einen Fall zu entscheiden gehabt, wo der oder die Versicherte ihren Pkw abgeschafft hat und sie trotzdem Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung hatte, weil allein auf die tatsächlich zur Verfügung stehenden Hilfsmittel und Beförderungsmöglichkeiten abgestellt werden darf, so das Landessozialgericht und hier ging es um den Fall der Wegeunfähigkeit. Bevor ich Ihnen praktisch das Urteil oder die Entscheidungsgründe mal zeige, möchte ich ganz kurz noch mal was zur Wegeunfähigkeit sagen. Im Normalfall ist es so, bekommen Sie eine Rente wegen Erwerbsminderung nur, neben den Vorliegen der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen natürlich, wenn bei Ihnen wegen Krankheit oder Behinderung eine verwertbare Erwerbsminderung vorliegt. Das heißt also, Sie nicht mehr in der Lage sind, mindestens sechs Stunden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten gehen zu können. Das heißt also, wer zum Beispiel drei bis unter sechs Stunden noch arbeiten kann, der ist teilweise erwerbsgemindert, wer unter drei Stunden nur noch arbeiten kann, wegen Krankheit und Behinderung natürlich, der ist voll erwerbsgemindert. Wenn aber diese Erwerbsminderung aus medizinischen Gründen nicht vorliegt, Sie also sozusagen ein vollständiges Leistungsvermögen ab sechs Stunden haben, dann gibt es unter anderem eine Ausnahme, dass Sie trotzdem eine Erwerbsminderungsrente bekommen können, und zwar bei sogenannter Wegeunfähigkeit. Wegeunfähigkeit liegt vor, wenn sie, wenn also praktisch der Versicherte nicht mehr in der Lage ist, viermal am Tag Wegstrecken von über 500 Metern innerhalb von 20 Minuten zu Fuß zu bewältigen und ferner zweimal täglich während der Hauptverkehrszeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann. Das ist sozusagen der Kern der Wegeunfähigkeit oder der Wegefähigkeit. Und hier ist es so, so hat es das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen entschieden, ich zeige Ihnen mal die Entscheidung, ich finde die total interessant, hat der Versicherte, also hier der Kläger, seinen eigenen Pkw abgeschafft und hat sich sozusagen der eigenen, hat sich sozusagen, konnte er damit quasi, war damit quasi nicht mehr wegefähig, ja, also er konnte also nicht mehr mit seinem eigenen Pkw zu einer möglichen Arbeit oder zu Bewerbungsgesprächen kommen. Und die Klägerin hier, die Wegeunfähige, also mit Gutachten ist wahrscheinlich festgestellt worden, dass die Klägerin nicht mehr in der Lage war, diese vier Wegstrecken pro Tag innerhalb von 20 Minuten zu Fuß zu bewältigen. Das wird mit Gutachten festgestellt. So, und dann hat die Dame eine EM-Rente begehrt und die Rentenversicherung hat gesagt, nee, ist nicht. Und sie hat dann ihren eigenen Pkw während dem späteren Klageverfahren abgeschafft, also hat ihn verkauft. Und das Sozialgericht Köln hat ihrer Klage stattgegeben, dagegen ist die beklagte deutsche Rentenversicherung in Berufung gegangen und das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat hier die Berufung der Beklagten zurückgewiesen und hat der Klägerin recht gegeben. Und die haben gesagt, das Vorhandensein eines Minimums an Mobilität sei Teil des versicherten Risikos. Das ist korrekt. Es habe sich infolge der gesundheitlichen Geheinschränkung in dem Zeitpunkt verwirklicht, in dem die Klägerin diese nicht mehr durch den jederzeitigen tatsächlichen Zugriff auf einen ihr zur Verfügung stehenden Pkw zumutbar habe beseitigen können. Und für das Landessozialgericht steht fest, es kommt nicht darauf an, ob die Anschaffung auf einer, die Abschaffung des Pkw auf einer subjektiv empfundenen Fahrunsicherheit beruht oder wegen technischen Umständen, sondern es geht letzten Endes nur darum, dass die Klägerin hier ihren Pkw sozusagen verkauft hat. Und dieser Verkauf des Pkws führt auch nicht nach § 103 SGB VI zu einer absichtlichen Herbeiführung einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, denn richtigerweise hat das Landessozialgericht hier gesagt, dass die Wegeunfähigkeit auch bitteschön nichts mit der Abschaffung des Pkw zu tun hat, denn die Wegeunfähigkeit beruht ja auf eigenen krankheitsbedingten Problemen der Klägerin im Hinblick auf die Frage, ob sie die Firma 500 Meter am Tag schaffen kann oder nicht. Und das ist ja offensichtlich durch Gutachten hier entsprechend festgestellt worden. Denn ihre festgestellte Wegeunfähigkeit ist unverschuldet und unabhängig von der Abschaffung des Pkw. So hatte ich es ja eingangs gesagt und so hat es auch das Landessozialgericht richtigerweise entschieden. Und deshalb ist ja Verkauf des Pkw. keine rentenschädliche Herbeiführung eines Versicherungsfalls, weil die Versicherte auf diese Weise nicht für die dafür relevante gesundheitliche Einschränkung absichtlich herbeiführen konnte. Also da gibt es keinen kausalen Zusammenhang zwischen der festgestellten Wegeunfähigkeit und dem Verkauf des Pkw. Oder andersherum, der Verkauf des Pkw führt nicht zu einer gesundheitlich feststellbaren Einschränkung der Wegeunfähigkeit. So hat es das Landessozialgericht in der Rechtsprechung aus dem Jahr 2021 entschieden. Ich finde eine ganz interessante Entscheidung für die Praxis sicherlich sehr, sehr wichtig. Aber wir kennen ja auch die Fälle, dürfen wir bitte nicht außer Acht lassen, wo letzten Endes die Wegeunfähigkeit auch bei den Leuten, die keinen Pkw haben, durch einen entsprechenden Teilhabebescheid der jeweils zuständigen Rentenversicherung wieder behoben werden kann. Das ist im Übrigen auch eine Rechtsprechung aus dem Jahr 2002, die vom Bundessozialgericht sozusagen damals erlassen wurde. Aber nicht jedes Sozialgericht und nicht jedes Landessozialgericht wendet diese doch schon relativ alte Rechtsprechung des BSG auch tatsächlich so an, sondern hat hier eigene Ansicht. Deshalb das Thema Wegeunfähigkeit im Zusammenhang mit Erwerbsminderung ist ein ganz heißes Thema und man muss hier wirklich aufpassen und ich finde dieses Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen ist ein gutes Urteil auch für die Praxis, auch für uns Praktiker, damit wir hier sozusagen gute Argumente haben, eventuell hier über eine Wegeunfähigkeit an eine Erwerbsminderungsrente für unsere Kunden heranzukommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel